Sie kennen unsere Strategien. Sie kennen unsere Schwächen. Und der Angriff der Außerirdischen hätte uns beinahe vernichtet. So weit darf es nie wieder kommen. Wenn wir überleben wollen, brauchen wir einen neuen Typ Kämpfer. Einen, der anders denkt als wir. Der nicht die Dinge fürchtet, die wir fürchten. Den der Feind nie erwarten würde. Wir brauchen schlaue Köpfe wie dich, Ender. Du wirst zum besten Commander, den wir je hatten. Dann bin ich nicht der Erste. Nein, aber du wirst der Letzte sein. Ich werde alles geben, um diesen Krieg zu gewinnen. Du siehst sie überhaupt nicht als Kinder, oder? Wenn es dir gelingt, wirst du für immer ein Held sein. Jetzt! ARD Text im Auftrag von Funk